Hallöchen, willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute geht es, wie ihr unschwer erkennen könntet, um die Karo vom Tamiya Hilux oder Browser, ist ja auch egal, auf jeden Fall ist es ein Toyota Hilux und von Tamiya, plus alle Anbauteile, was bei Tamiya ja immer so eine Sache ist. Bei ACP-WD bekommt ihr das Kit komplett, bei Tamiya muss man leider alles einzeln kaufen, das hat aber den Grund, dass es halt nur aus dem Kit-Vorzeugen ist und ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt alles habe. Hier haben wir zum Beispiel nochmal einen Iso-Watten. Nicht denn mal hier. Komm doch raus, ist der Video. Ist aber, es will nicht, ist, und voilà. So, wir haben einmal Klau, zack, Klau, kann man durchgucken, und wir haben einmal getönt. Ich werde aber klar nehmen, da wir ja auch, ähm, Dings haben. Interieur. Nehmen wir nochmal das Rückfenster. Die Rückwand habe ich noch gar nicht gesehen. Weiß ich gar nicht, wie die ist. Was ist denn das hier? Ist das ein kleines Wurstchen, oder was? Ohne Scheiß, das ist eine Bratwurst im Brötchen. Loy. Okay. Äh, hier haben wir noch bewegliche Scheibenwischer. Kommen dann auch noch hier hin. Äh, hier sind die Rückleuchten. Kommen dann da hin. Noch andere Scheibenwischer. Hier sind noch irgendwelche Halter. Machen wir mal weiter. Hier haben wir das Interieur. Das Armaturenbrett. Boden und Sitzbank. Die mit Stoff bezogen wurde, was richtig cool aussieht, finde ich. Das hat echt was mega cool. Was haben wir noch? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt will ich mal gucken, wo die Rückwand ist. Die Rückwand fehlt, glaube ich. Hier haben wir die Storchstange vorn. Das sieht dann... So hier aus. Ich finde es mega geil. Also mir gefällt dieser Ort richtig cool. Mega geil. Das sieht so geil aus, finde ich. Das ist... Haar mehr. Haar mehr. Wie ich würde... Weil eigentlich, das reicht doch gar nicht hier oben. Nur das Fenster. Nur das Fenster. Und dann hinten. So hinten. Doch, das reicht. Das ist bei dem so gemacht. Also reicht. Hier haben wir eine Rückwand, die ist ein bisschen... Genau, was damit passiert ist. Und hier haben wir dann eine neue. Und das ist dann quasi die Rückwand plus Fenster. Also muss man im Prinzip hier abkleben und dann die Rückwand... äh... Karosserin-Forben machen. Hier haben wir noch einen Stoßfänger von dem Breezer Browser oder wie auch immer das Ding nennen. Hier haben wir noch eine Abdeckung für... Passt das? Ja, hier ist noch eine Abdeckung für dieses Rück... äh... Scheiben-Dings... Ihr wisst schon. Hier haben wir noch die Hilux-Storchstange. Die kommt dann... Wenn ich sie verwende... Entweder hier oder hier dran. Aber ich glaube, ich werde die auch nicht verwenden, weil das sieht so ganz geil aus. Dann haben wir hier noch drinnen... Die andere Stoßstange. Und ein Lenkrad, was irgendwie viel zu groß aussieht. Ich weiß nicht, kann man machen, muss man nicht. Es wird langsam voll auf dem Tisch. Und jetzt kommen wir mal zu diesen Sachen hin. Hier haben wir drinnen. Light-Ball... Schauen wir mal alles raus hier. Hier sind noch ein paar kleine Sachen drin. Das sieht mir nach außen. Spiegel aus. Blinker. Blinker. Positionsleuchten. Ähm... Halter. Dann haben wir hier... Ähm... Den Baum für Lichter. Rund, viereckig Blinker und sowas. Das Ganze nochmal in Gelb. Was auch cool aussieht. Dann haben wir hier nochmal... Suchscheinwerfer sehe ich hier. Halter sind hier noch dabei. Grill... Auspuff glaube ich. Ich weiß nicht, was das denn da ist. Sieht aus wie ein Muffloch. Hier haben wir das Ganze halt nochmal. Und das war's. Äh... Ja. Ich mach jetzt mal kurz den Schnitt. Pack alles wieder weg. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja. Jetzt mal sehen, was jetzt alles hier weg und dran ist. Abkommt. Und wie überhaupt was ich überhaupt vorhabe. Also. Erstmal. Wird auf jeden Fall die Ladefläche komplett clean. Ich werde hier... Jedes Loch zumachen. Das hier wird ausgefräst von unten. Ja, so wie das hier. Es wird alles runter geschliffen. Dann verspachtelt. Von hinten mit einer ABS-Platte. Und dann... Ja... Nochmal grundiert geschliffen. Und dann lackiert. Farbe weiß ich noch nicht. Ich vermute mal, dass... Das Hauptteil vom Fahrzeug... Also die Hauptfarbe vielleicht rot wird. Und dann werde ich so ein paar Sachen wie hier hinten vielleicht... Das lasse ich vielleicht grau, dass es so aussieht, als wäre hier schon mal geschweißt und gespachtelt worden. Wie gesagt, es soll so used look sein. Nicht rostig, aber es soll halt so aussehen, als wäre die Karre schon ein bisschen älter. Vielleicht mache ich die Heckklappe zum Beispiel schwarz. Dann mache ich vorne vielleicht den Fender hier schwarz. Die Motorhaube gelb. Und die Tür grün meinetwegen. Mal sehen. Muss ich mal schauen, wie ich es genau mache. Weiß ich noch nicht. Äh... Ja... Ähm... Dann... Hier vorne... Kommen auf jeden Fall... Ähm... Alle Löcher zu, die ich nicht mehr brauche. Hier solche Sachen. Das kommt alles weg. Ähm... Wie hier dieses Loch und sowas. Das kommt dann alles halt weg, wie gesagt. Wird zugespachtet, geschliffen und dann überlackiert. Das dürfte man dann nicht mehr sehen. Was noch kommt, weiß ich noch nicht. Das werde ich dann sehen, was ich noch alles vor habe mit dem Auto. Wir können aber mal kurz eine klitzekleine Anprobe machen. An meinen Sender. Den haben wir hier. Bisschen groß. Probieren wir mal. Also... Passt schon mal nicht. Da muss eindeutig erst die Dings weg. Aho... Radstand muss eine ganze Ecke klar werden. Vermute ich mal. Muss ich mal schauen. Aber... Ich bin ein guter Dingel. Dit wird schon werden. Und... Ich würde sagen... Ich verabschiede mich jetzt. Heute ist die Zeit ein bisschen knapp. Und würde sagen... Bis zum nächsten Mal. Und ciao.